Um es vorwegzunehmen, Europa stand nicht direkt im Mittelpunkt. Thomas Goppel ging es gestern nicht um europäische Tagespolitik, sondern vielmehr um das in der EU vorherrschende christliche Menschenbild. Die Basis der europäischen Kultur, die es zu verteidigen gelte. Denn in Zeiten von Zuwanderung und Globalisierung befürchtet Goppel den Niedergang des christlichen Menschenbildes. Wenn wir es nicht wieder lernen, offensiv zu werden, dann verlernen die übrigen Menschen auf dieser Welt, die die mehreren sind, eine Milliarde Katholiken, wenn wir alle anderen zusammenzählen, nochmal eine halbe Milliarde und der Rest ist dann immerhin fünfeinhalb, dann werden die anderen nicht erfahren, was ihnen entgeht, wenn sie das christliche Menschenbild nicht haben. So eingebildet bin ich nämlich, dass ich sage, es ist die beste aller Möglichkeiten. In welcher Weltanschauung und Religion heißt es, der nächste ist das Maß meiner Entscheidungen? Gibt es sonst nichts? Thomas Goppel zeigte sich gestern als überzeugter Verteidiger des christlichen Miteinanders. Und das gelte es zu verbreiten. Europa exportiere hochwertige Autos, Waschmaschinen und andere Güter. Das christliche Menschenbild jedoch würde Europa nicht verbreiten. Ein Fehler in seinen Augen. Denn die Gleichheit aller Einzelnen, auch die Basis der Europäischen Union, sei ein Modell, von dem die Welt etwas lernen könne. So ganz und ausschließlich philosophisch war Goppel dann aber doch nicht. Das Thema EU-Mitgliedschaft der Türkei brachte der ehemalige Europaminister dann doch. Einen Beitritt erteilte er eine Absage. Derzeit. Wenn ich das christliche Menschenbild habe, hat jeder ein Anrecht auf mitgenommen werden. Ich muss mir nur Stufen erlauben dürfen, in denen ich weiß, dass er meine Grundsätze nicht verletzt. Dort, wo Verletzungen überhand nehmen, muss ich ihn dann vor der Tür halten. Sie würden auch niemanden bei sich zu Hause zuerst ins Schlafzimmer einladen, sondern erst mal in die Diele. Und ähnlich sieht das Ganze nach Goppels Anschauung auch beim Thema Integration aus. Hier fordert der 64-Jährige mehr Offenheit, mehr Ehrlichkeit und mehr Konsequenz. Wir müssen jemanden nur beim Eintreten in eine Gemeinschaft, für die unsere sagen, zu welchen Bedingungen das leichter fällt. Und wenn ich jemanden abgewöhne, sich darauf einzustellen und von vornherein sage, wir lassen dich so, wie du bist, um Gottes Willen, wir wollen alles bei dir schön richten, fühl dich wohl bei uns, aber ärgere uns ruhig, kann es nicht gut gehen. Egal aber, ob beim Thema Integration, Außenpolitik oder im Inneren, Goppel mahnte gestern ganz allgemein zum Festhalten an dem, was christlich ist. Jeder ist gleich vor dem Himmel, so Goppel, egal ob Christ oder Moslem, ob Europäer oder nicht. Vielen Dank.